Und hallo und willkommen zurück zu My Time at Port Ja, jetzt hätte ich fast was Falsches gesagt Ähm, weil ich gerade noch, ich habe noch ein paar andere Spiele halt hier am Aufnehmen und äh, ja, da musste ich gerade erst mal einen Moment überlegen Aber ich bin hier noch am Angeln Es wird doch ganz so dunkel Ich nehme nochmal so einen Wimpelfisch mit hier und dann muss es reichen Und jetzt Ähm Wie, wie ist denn der kürzeste Weg jetzt hier? Ich bin hier Normalerweise müsste man hier eigentlich auch angeln können Da würde ich gerne noch hin, aber das schaffe ich glaube ich heute nicht mehr Es wird langsam dunkel Ich muss Ich muss zur Haltestelle zurück Das geht nicht anders Das ist der Langstrecken, muss ich mich hier nicht mitnehmen Ist doch eigentlich auch auf der Strecke Aber naja Gucken wir mal Dana ist ja auch da, ist eine Kiste, siehst du Ich wusste doch, hier ist eine Kiste versteckt Da oben ist noch eine Ganz am Anfang, Mensch Buntes Fell, siehst du Okay Noch eine Kiste Präzisionsteil, okay Das kenne ich noch nicht Wäre jetzt hier auf dem Dach auch noch was? Äh, äh, ich kann nicht Da oben geht es nicht Na gut Wir fahren mal zurück Da leuchtet noch Da ist ein anderer Okay Ich möchte gerne dahin Dauert auch 20 Minuten Okay Danke dir Mach's gut gut So, dann kann ich mich gerade nochmal versuchen rauszufinden Was hier noch an Fischen rumschwimmt Hier sind andere Fische jetzt, oder? Ne, die sehen noch gleich aus Okay, also dann fischen Dann hier glaube ich die gleichen Fische aus Das ist ganz gut zu wissen dann Das heißt, hier hinten war ich noch nicht Aber ob ich einen Stern finde Ich hoffe mal, dass ich irgendwo eine Stern hier Variante finde Weil ich brauche das für Remington Und das ist, glaube ich, ein S-Rang Was seid ihr hier? Wimpelfische Ihr seid also auch nicht richtig Aber ich probiere trotzdem mein Glück Das sind aber andere Wimpelfische, ne? Ne, ihr seid die gleichen Okay Hm Das ist was anderes Oh Gott Das ist, glaube ich, einer Der ist aber schwieriger zu fangen hier Weil der Ein Koi-Karpfen Okay, ne, der ist tatsächlich auch neu Na nun Aber der sieht nicht aus wie den Gänz Oder sind hier mehrere Fische Oh, da taucht der nur gelegentlich auf Den hätte ich jetzt gerne gehabt Aber das ging leider nicht Weil der so krass war Noch einen Koi-Karpfen Den habe ich gekriegt Ich würde gerne den anderen haben Musst du ziehen lassen Hm Das ist ja ein bisschen doof Oh, ein rustiges Rohr habe ich gekriegt Okay Das war, glaube ich, einer Ich weiß nur nicht, ob der Na toll Ob der so random hier auftaucht Oder nicht Sehr merkwürdig Das ist einer Oh Gott Das ist eine Blaumakrele Und ich brauche eine Kaiserblaumakrele Das ist der, den ich brauche Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich brauche den aber in Gut Irrenfische und so kann ich ganz, ganz schnell sammeln Ob ich da noch einen kriege Aber ich glaube, das war schon ein Kaiser, der da gewesen ist Der so schnell abgehauen ist Oh, ich bin sogar ein Level gestiegen jetzt hier Krass Okay Und das nur durchs Angeln Nicht schlecht Jetzt habe ich langsam echt viele Fische hier Ich hoffe, nur die stecken auch Komm her, mein Freund Ich brauche noch einen Ich brauche aber eine Kaiserblaumakrele Und keine Blaumakrele Und ein Rohr Okay Ich weiß zwar nicht, wie ich hier ein Rohr angeln kann Aber, ja Oh Gott, oh Gott Wir müssen aber schnell abgehauen hier Mann, oh Mann Oh, wir haben es 23 Uhr Okay, dann muss ich jetzt gleich Feierabend machen Letzter Fisch für heute Okay Das muss reichen So, jetzt aber schnell nach Hause 23 Uhr Hier ist noch eine Kiste Was ist denn los hier? Aromahapfel gibt es hier, okay Ich habe auch noch nicht alles durchsucht Es gibt bestimmt noch ohne Ende Kisten hier Nur die offensichtlichsten habe ich bisher eingesammelt So, auch bis zur Hütte kann ich laufen, oder? Da brauche ich jetzt nicht extra nochmal ein Taxi rufen hier Das schaffe ich noch Geht es heute spät ins Bett Ich hoffe ja, dass ich morgen die Sachen zusammen habe Um dann den, ähm Den Langstreckenbus fertig zu kriegen Nochmal Größtenteils Eine Kaiserblaumakrele brauche ich ja Ich gucke mal, ob ich da oben vielleicht beim See nochmal sowas kriegen kann Das wäre natürlich nicht schlecht Aber es muss halt eine Kaiserblaumakrele sein So Ich hätte echt gern sowas wie eine Taste 0 Dass man sich hier tatsächlich dann so mit leeren Händen dann irgendwie durchgegenlaufen kann Oder hinlegen kann Ein neuer Tag Ein neues Glück Äh, kann ich hier noch Fische reinsetzen? Warte mal, ich habe ja jetzt Fische hier So, warte mal Dann nehme ich hiervon ein Einen Kalkhafen, kriege ich den da hin? Gucken wir mal Kann ich den da Öffnen Moment Da sind zwei Fische drin, ne? Oh, oh, nee, das wollte ich nicht Nein, warte Jetzt habe ich den auf den Tisch gelegt Ich bin hier im Aquarium Ähm Nochmal Ich hoffe, du bist noch im Leben Übernahe Ablegen Jo, cool Jetzt sind da drei Fische am Sprengen Aber ich sage mal, so mehr als drei Fische sollten hier nicht drinnen rumschrengen Das ist nur ein kleines Aquarium Das reicht Aber der Anglerfisch würde mich interessieren, ob das leuchtet im Dunkeln hier Morgen, hast du Zeit? Hast du bei der Versammlung letzte Nacht von meiner Arbeit gehört? Ja Okay, das macht es leicht Das gibt's ja, Mali Aber wie dem auch sei, ich habe eine Aufgabe für dich, Handwerker Der Bürgermeister hat gesagt, dass du für diesen Auftrag perfekt geeignet bist Eine alte Erkundungskarte zeigt, dass es auf dem westlichen Plateau einige Ruinen gibt Die sind momentan allerdings recht schwer zu erreichen Ich möchte, dass du mir einen Aufzug baust Du weißt schon, so einen wie bei euch am Wasserfall Kannst du das für mich tun? Klar, mache ich Also gut, ich habe den Bauplan schon vom Forschungszentrum geholt Bitte schön Lass mich bitte wissen, sobald es fertig ist Alles klar, mach's gut, Mali Oh Mann, Akte, ich schreck's mich immer, Akk Er ist wieder voll in seinem Element Okay Ähm, ich nehme meine ganze Zeug hier noch mit Das ist auch noch nicht alles fertig Das Problem ist nur, ich muss Oh, wieso hat der gerade noch einen fertig gemacht? Das sind noch elf Ich muss hier leider gerade was anderes machen Warte mal, Glas, habe ich Glas denn noch am Start? Kann ich hier gehärtetes Glas herstellen? Ja, und ich brauche Zwei Okay Das kriegen wir hin Wobei, warte mal, lass mich das mal auftanken Sicher ist sicher Und, äh Hier muss ich gleich Schweißerstäbe machen Und zwar brauche ich dann acht Stück Oder wie viel? Ich weiß es nicht genau Auftanken, Schweißerstäbe Machen wir mal Ich muss es abbrechen und acht Stück hier machen Acht Stück, ich hoffe das stimmt Bin mir nicht sicher Und das Material muss ich alles wieder hier rein stopfen Das ist ein bisschen doof, dass es manchmal hier in meinem Inventar landet Der Kugelfisch, den will ich auf jeden Fall aufheben Ein Kaiserkugelfisch Ne, also bin ich da schon richtig Ich werde aber trotzdem mal gucken, was ich da oben noch fangen kann Da muss ich mal schauen Hier, den habe ich gefunden Blaue Makryle Aber leider nicht das, was ich gern hätte Muss ich mal schauen So, das kommt da nicht rein Das ist bei Herstellung So, da rein Und jetzt muss ich hier mal gucken Ich brauche hier nochmal Ähm Vier Kann ich vier von den Rahmen herstellen? Nein, weil ich Schweißerstäbe brauche Okay, die muss ich abwarten dann Ja, dann muss ich die tatsächlich hier bei Herstellung Erstmal einschmeißen Den Fisch lasse ich erstmal drinnen Ähm Hier, ist das Holz? Bitte sag mir, das ist Holzbretter Perfekt Siehst, ich wusste, dass ich hier das Früher oder später brauche Und Ich kann zwei Sitze nur herstellen Okay Jetzt brauche ich wieder Leder Und zwar brauche ich nochmal vier Leder Ich hoffe, ich kann noch Leder herstellen Bin mir nicht sicher Leder locker Ohne Probleme Gut Auftanken ist Okay Äh Bei Herstellung Stufe 2 Ist Holz drinnen? Nein, bei Stufe 1 glaube ich dann Hier Genau Rohre Wo habe ich den Rohre hier? Bei Ähm Relikt und Crafting? Ich glaube ja Ja, hier Das haue ich da rein Was ist das? Präzisionsteile Weiß ich noch nicht genau wofür Ich packe es mal da oben hin Die Sitze packe ich auch erstmal weg Die packe ich da hin Aber das reicht eh noch nicht Und dann Warte mal Hier ist noch was für Beute Was kommt da rein? Und hier habe ich tatsächlich noch was übrig Wo habe ich das? Hier Nein, einen weiter Jetzt stehe ich auf der Kiste Da Ich muss zu sehen, dass ich das fertig kriege Ähm Wasserlichte Lampe Da warte ich nur auf das Glas Das ist kein Problem Oh, alte Teile brauche ich wieder Das heißt, ich muss da doch mal Die Ziviltruppe losschicken Dammit Werde ich mal ein paar Aufträge in Auftrag schicken Wie sieht das bei euch aus? Ich muss euch düngen wahrscheinlich wieder Weil Das wäre dann doch wichtig Gucken wir mal Düngen? Ja, düngen 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 Falsche Jahreszeit Okay Ich kann euch nur wegmachen dann Baumwurstpapel Das ist ein bisschen doof Dass ich die nicht ernten kann Hm Ich lasse die erstmal hier drinnen Du brauchst noch neun Tage Das ist ein bisschen doof Wartest du mal alles voll hier? Wie sieht das bei dir aus? Du brauchst auf jeden Fall auch wieder ein bisschen was Ein guter Salpeterbaum So Müssen wir eigentlich auch aus der Mine rauskriegen Ich weiß gar nicht, ob man das aus der Mine kriegen kann oder nicht Jetzt geht hier richtig was ab, ey So Du auf jeden Fall wieder auch Du bist halt immer Sauer hier, ne? Müsst ihr euch eigentlich direkt neben Neben die Truhe stellen Oder ich muss die Truhe dahin stellen Mit Düngern direkt So Okay Jetzt möchte ich gerne Gucken wir mal Ähm Die beiden hab ich gemacht Da müsste ich mal hin Und da müsste ich hin Das ist natürlich verdammt weit weg hier In der Wüste Da kann ich hinfahren Da kann ich auch hinfahren Da kann ich hinlaufen Ich werd erstmal die beiden testen jetzt hier Da kann ich dann mit dem Dings hinfahren Hi Emily Hahn? Wer ist Hahn denn? Hi Hahn Schreiber aus Walnusshain Mein Neff hat vor kurzem ein Lied geschrieben Willst du es mal hören? Ähm Los geht's Ich wachte auf Oh Graus Ich kam zu spät zur Schule Ich rannte los und rutschte aus Auf eines scharfes Stuhle Ha Was denkst du? Ziemlich lustig, oder? Ich glaube, das baue ich in mein nächstes Skript ein Okay Mach's gut Hahn Es gehört aber nicht hier hin Wenn da vor ein Walnusshain ist Dann ist das auf jeden Fall Emily ist einfach losgelaufen hier Von Dana Äh Hallo Handwerker Danke, dass du mich Und mein Erzförderungsvorhaben unterstützt Ich habe unglaubliche Unterstützung von der Gemeinschaft erhalten Und kann jetzt loslegen Ich habe einen Auftrag für dich Ich brauche ein Förderband in der Nähe der Mine Das das Erz an die Oberfläche transportiert Damit ich den Betrieb aufnehmen kann Kannst du es für mich bauen und installieren? Ich habe die Baupläne mitgeschickt Ja, schon gut Ich habe das seit einer ganzen Weile Vorbereitet Haha, danke Dana Oh je, jetzt geht's ab hier Äh, Förderbänder Muss ich jetzt mal gerade gucken Handwerk Den Aufzug Das ist aber ein anderer Aufzug jetzt hier Den muss ich komplett von Grund aufbauen Ach du Heilige Aluminium Legierungsgerüst Jetzt geht's aber ab hier Jetzt ist aber richtig Förderbänder Ach du meine Güte Und das ist dann Getriebe Da brauche ich verbesserte Motoren Ich muss definitiv zur Ziviltruppe Ich brauche Ich muss Großeinkauf machen Das Tolle ist Ich kriege zwar Geld Aber auf der anderen Seite Ich muss Geld wieder rausgeben Weil ich einfach nicht mehr dazu komme Aber ich finde es gut Aber ich finde es gut Dass man die Arbeit auch Weitergeben kann Denn Dann kann man sich auch Auf andere Dinge konzentrieren Ich möchte gerne nämlich Meinen Garten Und mein Grundstück weiter ausbauen Und ich hätte jetzt gerne Doch langsam mal Tiere Tiere wären schön Sind ja schon im zweiten Jahr Und Ja der eine oder andere Vielleicht spielt er ja auch Weiter mit Porsche Und hat schon Tiere Früher als ich Ach ich mag das ein bisschen Hi Mali Ach du ist hier Muss mal gerade Ähm Gucken Und zwar brauche ich Ingalls Mine Muss ich noch mehr freischalten Da gibt's Diamanten Hier gibt's die verbesserten Motoren nicht Ich fürchte die gibt's in Ingalls Mine Ich muss in Ingalls Mine mal wieder reingehen Fürchte ich Was brauche ich denn sonst noch Blaus Leder Jujo Palm Oh das ist ein Problem Das heißt ich muss tatsächlich In Ingalls Mine gehen Hm Ja Ich fürchte ich muss in Ingalls Mine gehen Brauchte ich denn noch irgendwas anderes Das bin ich gerade überlegen Die brauche ich mal wieder Da sind 5 Da sind 6 Stück drin Da sind 7 Stück drin Da sind 8 Stück drin Dann machen wir das hier Auftrag aushängen Ja Weil ich brauche noch mehr von den Dingern Ähm Ich weiß jetzt nicht mehr genau Von was ich Äh was Ich mache einfach hier einen Auftrag Gib mir mal 50 Bestätigen Aushängen Ja Und hier Warte mal was habe ich denn jetzt ausgehängt Feines Fell Abgenutztes Fell Äh Machen wir mal 100 da draus 200 Okay bestätigen Okay Na gut Dann habe ich hier noch ein paar Aufträge rausgehauen Ein bisschen Geld verloren Aber ist ja egal Kriegen wir schon irgendwie hin So Und ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder Also danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao